Hallo, in diesem Video nur die kleine Information bezüglich einer Petition derzeit im Deutschen Bundestag zur Aufhebung der sogenannten GEMA-Vermutung. Link in der Beschreibung. Die GEMA-Vermutung beschreibt die automatische Annahme, dass ein Künstler von der GEMA vertreten wird, auch wenn er in Wirklichkeit nicht von der GEMA vertreten wird. Betroffen ist davon eigentlich jeder, weil das Ganze ein ganz wichtiger Baustein in der Zementierung der Macht der GEMA ist. Ein Beispiel. Irgendein Club spielt Independence-Musik von Künstlern, die definitiv nicht bei der GEMA sind. Das interessiert die GEMA aber nicht und der Club und damit sie müssen trotzdem über die Eintrittspreise an die GEMA bezahlen. Und zwar so lange, bis der Clubbesitzer einwandfrei bewiesen hat, dass die Musik von Künstlern ist, die nicht in der GEMA sind. Und genau in diesem Punkt hat es letztens noch eine Gerichtsentscheidung gegeben, denn bestimmte Künstler sind gar nicht unter ihrem Clan-Namen bekannt. Die sind nur mit ihrem Künstlernamen bekannt. Wenn sie allerdings bei der GEMA den entsprechenden Antrag stellen, von wegen, das Lied so und so, das wird nicht von der GEMA vertreten, weil der normale Künstler Hans-Vader heißt, dann kann die GEMA nachschauen. Von diesen Independence-Künstlern kannte allerdings der entsprechende Clubbesitzer überhaupt nicht die Clan-Namen, die Real-Namen und konnte deswegen den Antrag gar nicht bei der GEMA stellen. Und das Gericht ist natürlich folgerichtig zu der Entscheidung gekommen, dass wenn der Name des Künstlers nicht bekannt ist, dann kann auch nicht abschließend gesagt werden, ob der Künstler vertreten wird, dann tritt die GEMA-Vermutung ein. Das heißt, am Ende musste an die GEMA bezahlt werden. Im letzten Jahrhundert, als der Blödsinn in das Gesetz geschrieben wurde, da machte es auch noch halbwegs Sinn. Der Musikmarkt war eine lokale Geschichte, auf Deutschland begrenzt. Daneben hatte man noch Radio und TV, das war es dann auch schon. Mit dem Internet hat man nicht nur die Wahl zwischen 1000 verschiedenen TV- und Radiosendern, sondern man hat auch noch Zugriff auf Millionen von Liedern, die definitiv nicht alle von der GEMA vertreten werden. Das heißt also, die GEMA-Vermutung ist inzwischen von der Realität eingeholt worden. Nur unsere Regierung, die hat das noch nicht mitbekommen. Also wenn Sie demnächst mal wieder in Ihrem Lieblingsclub abchillen, der nur bolivianische Arbeitslieder spielt, dann gehen Sie mal davon aus, dass Sie trotzdem an die GEMA zahlen. Und wie gesagt, das ist nur ein Punkt, an dem die GEMA unberechtigt Geld bekommt. Die GEMA-Vermutung ist aber einer der wichtigsten Punkte, um dem ganzen Treiben rund um die GEMA ein Ende zu machen. Wenn Sie also nicht der größte Freund der GEMA sind, dann sollten Sie sich dieser Petition anschließen. Und nein, es geht nicht nur darum, den Künstlern das Geld wegzunehmen, sondern es geht darum, die GEMA und die GEMA-Vermutung durch ein faireres Prinzip zu ersetzen. Um sich dieser Petition anzuschließen, müssen Sie sich eventuell auf dieser Website registrieren. Wir haben allerdings bei Sempa-Video schon öfters zu irgendwelchen Petitionen aufgerufen. Insoweit, die meisten sind wahrscheinlich schon registriert. Und ja, für diejenigen, die sich noch registrieren müssen, die korrekte Anschrift ist Pflicht. Das wird zwar eventuell keiner prüfen, aber wenn da jemand Hans-Vader liest, Todessternstraße 69 und so weiter, dann ist das recht offensichtlich gefälscht. Und solche falschen Stimmen, die fliegen am Ende natürlich wieder raus, die werden nicht mitgezählt. Wenn Sie also nicht den Mut haben, sich dort mit der korrekten Anschrift anzumelden, die entsprechende Anschrift und der Name muss übrigens nicht in der Petition erscheinen. Da erscheint dann, wenn Sie das wünschen, nur Ihre Nummer. So nach dem Motto, Bürgernummer so und so viel, hat mit unterzeichnet. Das reicht dann schon. Das heißt, die Adresse erscheint nirgendwo. Sie hinterlassen die Adresse nur beim Deutschen Bundestag. Sie brauchen sich allerdings keine Sorgen zu machen. Ihre Adressen oder Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Bundestag.de ist wahrscheinlich eine der ganz wenigen Webseiten, von denen man das behaupten kann. Wenn Sie minderjährig sind, auch kein Problem. Einfach registrieren, mitzeichnen. Überhaupt kein Problem. Auch Minderjährige dürfen mitzeichnen. Die Zeichnungsfrist, die endet am 18.10.2012. Das ist zwar nur der erste Schritt, aber es ist ein notwendiger Schritt. Ich bin gespannt. Okay. Das ist zwar nur der erste Schritt, aber es ist ein notwendiger Schritt. Das ist unten und eine Stunde. Ich bin variation. Ich bin gespannt.